Die Buddha-Natur Leben ist ohne Grenzen. Vor uns öffnet sich ein endloser Horizont positiver Entwicklungsmöglichkeiten. Doch ebenso ein bodenloser Abgrund menschlicher Schlechtigkeit. Es gibt ein letztendliches Ziel, auf das wir uns als Menschen hinentwickeln können. Einen Zustand der Erleuchtung, der vollständigen Entwicklung von Weisheit, Liebe, Freude und Kraft. Einen Zustand, der alles übertrifft, was wir uns in unseren Träumen vorstellen können. Unfassbar für unser gewöhnliches Denken. Im Denken von Anhängern materialistischer und nihilistischer Weltanschauungen gibt es für eine solche Vision keinen Platz. Somit schließen sie eine solche Form des Seins von vornherein aus. Mystiker, die an die Existenz eines persönlichen Gottes glauben, setzen diesen Seinszustand, der nur einigen wenigen begnadeten Menschen möglich ist, mit Gott selbst gleich. Für Buddhisten ist dieser Seinszustand der eines erleuchteten Wesens, eines vollkommenen Buddhas, der für jeden erreichbar ist. Denn jedes fühlende Wesen kann und wird einmal ein erleuchteter Buddha werden. Die Buddha-Natur finden Die Paramita-Brajna, unsere innere Weisheit, kann uns dabei helfen, die Geistesgifte umzuwandeln, in Vertrauen und den Wunsch, uns selbst zu ergründen. So gelangen wir zur innere Harmonie. Vor allem im Zen-Buddhismus kreist viel um die Frage, was ist meine wahre Natur? Darauf gibt es keine rationale Antwort. Sie kann nur mithilfe großer Meditationserfahrung gelöst werden. Andere buddhistische Schulen beantworten die Frage nach der eigenen wahren Natur zumindest vage, etwa so. Die wahre Natur aller Lebewesen ist ihre Buddha-Natur. Sie ist rein, freudvoll, beständig und ein Teil der Wesensgleichheit zwischen Menschen und Buddhas. Doch nirgendwo in den buddhistischen Schriften sind die Antworten auf Fragen nach der Buddha-Natur eindeutig. Immer geht es darum, dass sich jeder Mensch selbst auf die Suche danach machen muss. Das spirituelle Training, wie zum Beispiel die Praxis der Paramitas, ist ein Weg, um unsere Buddha-Natur wirksam werden zu lassen und dadurch ein glücklicheres Leben zu führen. Würden wir uns statt mit unserem Leid, mit unserer Buddha-Natur identifizieren, sähe die Welt anders aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017